US-Präsident Donald Trump ist im Kampf gegen seine Wahlniederlage ein weiteres Mal gescheitert. Am Dienstag wies das oberste Gericht der USA einen Eilantrag von mehreren republikanischen Politikern zurück. Sie wollten erreichen, dass der Bundesstaat Pennsylvania die formelle Anerkennung des Wahlergebnisses zurücknimmt. Die Beschwerdeführer hatten argumentiert, das Briefwahlgesetz in dem Bundesstaat verstoße gegen die Verfassung. Mehrere Millionen Briefwahlstimmen seien deshalb ungültig. Die neuen Richter des Supreme Courts, von denen sechs als konservativ eingestuft werden, wiesen den Antrag einstimmig ab. Entgegen aller Fakten spricht der US-Präsident noch immer davon, die US-Wahl sei in großem Stil manipuliert worden und er habe die Wahl gewonnen. Belege für diese Behauptung hat er bislang nicht vorgelegt. Zahlreiche Klagen auf Bundes- und Landesebene liefen ins Leere.